Ja, alle Kisten auch. Okay, irgendwo muss da... Und abflucht. Vorsicht, das tut weh da unten. Ja, das war Sinner, der mich hier gekillt hat. Ich hab mich hier gekillt. Natürlich, du hast mich da runtergeschubst. Nein, ich hab versucht, dir dein Leben zu retten. Dann wird uns das unbedeutende Leben, aber dein Leben. Er schmeißt die ganzen Kisten da links. Wie soll man denn hier arbeiten, wenn er die ganzen Kisten wegwirft? Keine Ahnung. Ich arbeite hier schon länger nicht mehr. Ich wundere mich nur... Jetzt kommen wir hier nicht hoch, ne? Sinner, kannst du uns hier nochmal mit ihm hochhelfen? Sinner? Ja, gut. Hallo? Ja, selbst irgendwie... ...mal wieder rauskäme. Shield! Hallo? Okay. Danke. Boah, das ist eine schwere Geburt. Nein, nicht. Nimm das weg. Nein! Hier geht's nach unten und es ist tot. Alles klar. Ja, hätte sein können, dass sowas ist. Hm. Ey, 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 ey! Au! Au, Mann! Er ist halt ein recht sehr kleiner Bösewicht. Was denn? Ich helfe dir doch nur die ganze Zeit weg. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier füllen. Leute, ich mach dir den Stein auf. Ah, jetzt schießt du die andere Pflanze da unten durch? Okay. Wieso kommst du nicht wieder? Doch. Wir müssen gerade mal in... ...campen. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube, sie sind alle froh. Hallo? Ja. So, sind wir da. Da oben ist noch was? Da oben ist noch was? Da, 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 da. Ja, kein Dank. Da oben ist noch was? Da. Wo? Ja. Ich hab's. Denkstoff. Ah, hier unten ist tot. Übrigens. Hm. Ja, sieht giftig aus. Oh, Mann, ich komm runter. Ui! Du hast nicht benannt. Der hat keinen Namen verdient. Der war tot. Ach so. Bob Kälte. Flo? Danke. Hm. Wo soll denn das Wasser hier hingelegt? Ja, da oben soll das Wasser hin? Ja, ich floh! Hätte er mich mal abgestimmt. Ja, da oben hat er es. Und ich hätte einen Hasen gehabt. So, wir müssen aber nochmal zurück. Ja, ja, macht ja nix. So. Wo? Weil wegen der Wasser. So muss das Wasser hin? Na, 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 da ist so ein Ding. So, wenn man da so draufhüpft, dann kann man, Moment, Flo, ich hüpfe hier mal so draufhüpfen. Ich versuch hier mal so drauf zu hüpfen Weil da kann man das Wasser nämlich umleiten Okay, ist da Ja, ich muss nur rüber, ich seh grad nichts Da braucht man den Hammer wieder Ich bin hier grad in der Dings gefangen Au, au, au Geh mal zu der Kugel da bitte Danke Sehr zuvor kommt Nein, so ein Quatsch Das könnte gleich explodieren Das besuchen wir, nehme ich mir besondere Fälle Bam, siehste, besondere Fälle Das hab ich grad gemacht Da bestehe ich jetzt drauf Dann gehen denn die Dinger da wieder hoch Boing Ah, ja Danke Clever Ja, du bist zur Seite gelaufen Ich war grad am Hebel Was meinst du, was dann passiert? Boom Lesen Der Harpe ey, der hat's echt nicht müde überleben Mit töten hat er's dafür umso sehr Ja, ich müsste's lesen, aber Ja, dann mach ich nicht immer mehr Harpe Oh, 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 oh Nicht unbedingt den Krieger, aber auf jeden Fall... In die andere Richtung geht's übrigens auch. Schauen wir mal, was... Da gibt's nur nichts. Da, Wasser. Da ist es. Vor allem irgendetwas. Uh, hübsch. Ja, ich würde mich nur freuen, wenn die Cut ziehen, weil es zu Ende ist. Ich glaube, wir müssen drüberhüpfen, oder? Weil... Ja, ich glaube, da müssen wir drüberhüpfen. Okay, die Blätter geben nach. Ja, natürlich. Aber wenn du die konstant drauf rumhüpfst, dann geht das. Weiß nicht, was Floda gerade macht, aber ich dachte, er macht mir den Weg nach oben. So, und dann kann man hier vielleicht noch an der Seite lang. Hm, mir gibt's aber auch nichts Besonderes mehr. Ui. Ein Kamm von schwingender Kugel zu schwingender Kugel übrigens. Natürlich sehr praktisch ist. Ich hab dich gesehen, aber ich glaube, es war lustig. Fäng, nein, 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 nein. Ne, da ist, äh... Magier-Talent gefragt, aber ich lass den Magier einfach irgendwo stehern. Oh, oh. Oh, oder beliebt die mich nicht. Sieht schon. Ja, wir würden, wir würden... Gerne, aber... So, jetzt könnt ihr sterben, wenn ihr wollt. Ich verstehe an, wie der Bundespunkt. Da schmeißt der mir wieder so'n Finger anhalten. Da drüben war noch was, ne? Ja, hier ist noch eine Aussage. Au. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Ah, wie gut. Das war ja nicht so. Ja, mach doch nix. Ist da unten irgendwas tolles? Ja, ich glaub mir, der ist ja wieder befreit. Kommst du nicht? Ja, Moment. Hui! Wär nicht nötig gewesen, Flo. Aber danke schön. Das ist doch nicht schon wieder so'n Drecksendgegner, oder? Nein. Ich hab' mir jetzt ein bisschen angepisst. Macht aber so den Eindruck. Der Tod? Ja. Sind du sicher? Ja, da hier die Kiste wieder fliegt. Okay, das ist interessant hier. Hier ist ein Hebel irgendwo. Ja, da oben. Alter! Okay, check. Gucken, ob dir das Tor geht nicht wieder zu, okay? Chuchu! Bin bereit, bin bereit. Und gut. Äh, da musst du aber erst das Ding da oben runterziehen. Sonderbar. Pass mal eben. Oh, ich muss das gerade eben. Kommt ihr? Ich mag jetzt... 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 Blinkt hier irgendwo was? Da drüben blinkt was. Da muss Wasser hin. Wie du es immer über uns machst, das Ding. Ja, eigentlich mag ich es unter euch, aber ihr spielst immer direkt was runter. Da muss Wasser rüber. Wasser, Transport kommt sofort. Wie geil war das denn? Unglaublich, ey. Ja, reicht noch nicht ganz. Doch, doch, reicht. Ich weiß, wie meine Wasserpflanze... Aber das sieht irgendwie eklig aus, was da gerade kommt. Das ist auch eine Pilzpflanze. Ist da unten sonst noch irgendwas? Ja, hier links ist noch Zeug. Das war es aber schon mit dem Zeug. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Kann ich nicht sehen, aber der Magier kommt nicht hinterher. Kannst du mich mal hier hochzaubern? Mal gucken, ob hier noch was ist. Ein Stück nach links. Ja, Space Taxi to Neverland, oder was? Nee, okay, alles klar. Zurück. Danke. Da drüben ist noch was. Oh ja. Hetze. Unsägliche Schätze. Die Truhe muss noch eine aufmachen. Dabei. Okay. Okay, das war es, glaube ich. Ja. Elomagiro. Au, was ist das? Mega quasi. Nämlich tiefer Fall. Extrem tiefer Fall. Ja. Was war das denn? Sinner ist vorgelaufen. Ich bin der Schlammbruch auf der Kutsche runter. Ach, deswegen haben wir das da oben nicht mehr alles sehen können. Mensch, Sinner. Ja, bitte? Jetzt ist es schon wieder vorgelaufen. Jetzt habe ich wieder nichts gesehen. Naja. Da nicht mehr Trifzen. Doch, der Peinwagen. Du bist doof. Du bist doof. Du ist immer noch doof. Hallo, Morgen, Hermann, wir haben einen Strand. Genau so doof wie du. Solange ich schlauer bin als ihr ist, alles gut. Ja, er ist ja auch doof. Mhm. Aber ich muss niesen. Moment. Ja. Mutet der sich jetzt fürs Niesen? Ach, fast. Natürlich tue ich das. Schönes Wasser. Das finde ich cool. Hier geht's doch runter. Du mal hier. So, da sind viele große, große Nüsse. Nein, sie sind Fruite. So, vielleicht kalt Fruite. Warum mutet er die Frut im Niesen? Das kam unfair gesehen. So, da stehe ich mich. Ja, hier, hier, hier. Hier kann man runter. Was? Hin hier. Ja. Ja. Mann, ich hab. Hallo. Hallo. Was? Hallo. Fuck, mich nicht. Das ist gar nicht mein Haustier, du Appel. Der tut weh. Wieso stirbt denn der nicht? Weil es mein Haustier ist. Nein. Okay. Oh ja, ich hab aber was gefunden hier unten. Das ist auch schön. War die schon da drüben? Und wo ist sie eigentlich Flo? Ich bin gerade unter Wasser und sah mir hier schon mal auf. Die Krabbe verfolgt mich. Jetzt hat die Krabbe das Ding kaputt gemacht. Ich mach mir gleich die Luft aus. Hast du hier schon? Ja, unten links war ich schon. Ich schubse hier gerade die Fässer nach oben. Schön, dass du deinen Spaß hast mit der Krabbe. Kannst du die Krabbe nicht hochheben und irgendwo anders hin tun? Du könntest einfach mal weggehen. Ja, die tut mir aber weh. Ich hab keine Ahnung, was die da macht. Oder auch mich runterzuschubsen, du Sack. Wieso ist der Magier hier? Weil ich immer wieder zum 1.4. Was ist denn jetzt schon wieder? Und wieso kommen jetzt hier so komische Früche? Oh, Sprengstoff. Sehr praktisch. La, la, la. Ich bin überhaupt nicht vorgerannt. Ich war hinten. Ich wurde dahin teleportiert. Nein. Da sind Kokosnüsse. Und wenn ich mich dran hänge, dann fallen die ab. Lustig. Ich hab jetzt hier irgend so einen Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, ob die Funktion der wirklich hat. Na. Ich komm hier nicht wieder raus. Spring, du Sch... Ja, jetzt fehlt der da unten wieder. Ne, du mal da hoch. Boah, jetzt sind die ja schon weiter. Und ich krebs sie noch hinterher. Ne, ich warte hier noch an dem Ding. An der Sicherheitskugel. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hier ist vor allem noch ein Dingsi, was man einsammeln könnte, wenn Magier hier wäre. Wenn ich nur wüsste, wo die schlampe ist. Hier links ist noch so eine... Hier links... Alles klar. So, nu. Aufwärts. Oh nein. Ich glaube, sie sind alle tot. Da oben ist noch eins. Danke. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Ja, ja, ja. Ja. Danke. Oh. Das sieht ungesund aus. Hier kann man runter. Es ist nur ein bisschen gefährlich. Und hier sind auch schon wieder so komische Teile, die man einsammeln könnte. Um irgendwas umzuleiten. Hier unten sind noch Dinge. Dinge. Ich komme nicht. Hier siehst du diese komischen Umleitungsrohre da? Ja. Luft. Hat das gemacht. Der Floh macht jetzt was ganz tolles. Was macht er denn? Was macht er denn? Das macht er denn? Da, jetzt hat er getaubert. Oh, sehr cool. Aber echt was ganz tolles. Okay. Beinah, 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 beinah. Nein! Ich hätte nicht so voreilig sein sollen. Okay, da komme ich nicht vorbei, alles klar. Das ist gut, dass du so ein Ding so mit rüber genommen hast. Das wird hier drüben irgendwie auch nicht besser. Hier unten ist nichts mehr, habe ich alle schon aufgesammelt. Oder vielleicht noch, da ist noch ein Typ, da ist noch ein Typ, da ist noch ein Typ, so ein Typ. Oh, die Arme. Und das wird lustig. Das wird auch lustig. Au! Bin drüben. Wenn noch. Das Baby. Ach, da sind ja welche. Au. Wieso falle ich denn jetzt so weit runter? Au. Können wir Sinna da irgendwie helfen? Sinna, können wir dir irgendwie helfen, ne? Weiß ich nicht, kennst du? Ne, weiß ich nicht. Ne, wo nicht? Wo nicht ich? Ich bin ein Magier. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Wenn man den Knopf nämlich hier drückt, kommt nämlich Sprengstoff raus. Na gut, ich schmeiße mal Sprengstoff rüber rein. Warte, ich will einen wieder da oben drauf tun. Nein! Jetzt geht das nicht mehr. So. Den tun wir hier auf den Knopf. Nicht wegnehmen, Flo! Flo! Er hat wohl irgendeinen coolen Plan. Ja, keine Ahnung, aber er peilt halt nicht, wenn man den Knopf hier nicht bedrückt hält, dass da kein neues Zeug rauskommt. Ja. Sinna, was machst denn du da? Das ist ein Luftjaggen. Ja. Du wolltest irgendwie einen nach oben haben oder sowas, ne? Warte mal. Nein! Zummer! Okay. Warum gibt's aber was? Ja, 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 ja. Hast du das eingesammelt? Ja, ist alles weg. So, hier ist die Goldfrage, wie man da rüberkommt. Noch nicht. Man, wenn du mir nicht die Erde durch die Gegend schützen würdest, würde ich mal irgendwas machen. Tu ich doch gar nicht. Sowohl. Komm mal runter. Ha! Hab ich den. Sehr gut. Oh, 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 oh. Nein! Was passiert? Ich bin in die, in die Dings... Und du hast dir gerade den Weg selbst gebucht gemacht, Habe? Gar nicht. Doch. Ich hätte da auch so überspringen können. Lebt ihr mich, bitte, danke. Da oben ist noch so ein Ding. Ja. Oh. Du hast es kaputt gemacht. Ganz fetten Fähigkeiten. Das sind ja diese komischen Fische, oder? Nicht nur Fische. Auch kleine Lämmchen. Und eine Muschel. Uh. Uh, eine Muschelmuschel. Wahrscheinlich war es einigermaßen gefährlich. Sie sind mega Seesternchen. So, kann ich hier schon wieder was freischalten? Das geht nicht. Ich muss erst mal hier... Ja. Was war das? Ich muss... Drei Fähigkeiten... Stufe... Nee, vier Fähigkeiten der Stufe 3. Vier Fähigkeiten der Stufe 3. Da muss man irgendeinen Knopf bewegen. Sonst kommt man da unten nicht ran. Au. Jetzt habe ich drei Fähigkeiten der Stufe 3. Alles klar. Ja, also ohne Hammer ist das jetzt ein bisschen blöd. So, da ist der Hammer. Andere Richtung. Habt ihr da oben irgendwie so eine große Kugel oder sowas? Normale Kugel. Ich weiß gar nicht. Kannst du den mal fallen lassen, den Felsen, bitte? Ja. Der muss runterkullern, damit man da durchkommt. Richtig. Oh, hier sind Muränen und sowas. Ihr müsst vorsichtig sein. Was für Viecher? Muränen sind da. Und hier ist... Und hier ist ein fettes Seemonster, was irgendwie das so geil ist. Man muss da unten lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, offensichtlich schon. Ich komme mal zurück zu euch. Voll Noobs. Vöse Muränen, Vöse Muränen, Vöse Muränen. Was ist denn das? Ach, du bist auch mitgekommen. Habt ihr alle hier alles erledigt gehabt? Ja, eigentlich schon. Der Kraken hat uns da so ein Stück. Ja, der Kraken ist cool, finde ich. Danke, Kraken. Ach, hier. Hier, Hammer Time. Moment, Moment. Hammer. Hammer dich doch selber. Das fast kann man mit Stund gebrauchen, oder? Ist das unten festgemacht? Oh, 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 Muräne. Schwimmt, kleine Fee. Wir werden alle ertrinken. Nein, nur irgendwie. Oh, da oben ist eine Ding, ich werde eigentlich nicht krank. Ja, das wird hier oben aber auch nicht besser. Nicht wirklich. Da ist noch eine Flasche links. Warum holt ihr mich? Ich kann nicht, weil ich tot bin. Genau, er kann nicht und ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich lehne mich mal zurück und schaue euch zu. Ja, da ist noch eine Flasche, stimmt. Da hinten willst du hin? Na klar. Dann hast du zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen ist dann eine richtig fette Flasche. Ja, aber das überlege ich doch nicht. Wieso nicht? Never ever. Siehst du? Jetzt werde ich nämlich gestorben. Und schon wieder werde ich gestorben. Und noch mal. Ja, aber nicht. Oh, falscher. So, perfekt. Mir kann nichts passieren. Perfekt der Magiersicherheit. Sehr besaubbar. Bleib mal so still, nicht wegmachen. Sehr gut. Sehr besaubbar. Au. Ja, leider geht's. Also, viel habe ich nicht mehr. Ja, stimmt. So. So. Ja, ja. Danke. Was an Ausblick. Da ist das Schloss. Ups. Oh ja, da hinten. Okay. Kommt dann Bowser.